Hallo liebe Tabletalk-Freunde! Herzlich willkommen im Bunker! Es ist ein bisschen spät. Wir sind auch... Nach zwölf war vorhin... Ich weiß nicht, genau. Geil. Morgen geht's auch wieder ab. Also, arbeitstechnisch. Aber wir haben jetzt gerade auch gearbeitet. Und wir haben hier was von euch. Das wollten wir euch unbedingt nochmal zeigen. Deswegen, wir sind ja ein bisschen im Sack. Sieht man vielleicht gar nicht. Aber guckt mal hier. Ja. Wir haben jetzt nochmal ein neues... Ist das ein Add-on? Kann man das noch kriegen. Auf jeden Fall. Ja, es wird irgendwie ein Add-on. Keine Ahnung, wie das läuft. Machen wir schon. Äh, ja. Ja, jetzt sind wir wieder hier Scrap-Piles. Ja, kennen wir schon. Ja, aber... Wir haben ja hier noch was Special. Ja. Und zwar seht ihr ja vielleicht hier die Kanten. Dezent. Äh... Und damit kann man natürlich auch was machen. Ihr habt das vielleicht schon gesehen. Scrap-Pile. Aber Junge, guck mal hier. Bam. Hä? Was soll das? Ja. Guck mal hier. Ecke. Gebäude. Zack. Wow. Na, wenn man jetzt hier noch so einen von den anderen nimmt. Und auch hier so ein, zwei so Dinger reinlegt. Hier welche von den Müll-Dings. Matratze. Zickzack. Alles am Start. Elemente auch wieder mit aufgenommen, ne. So, dass man irgendwie das was da... Matratze. So eine steife Matratze. Ja, Junge. Jetzt gerade ist das so steif. Die ist doch dreckig. Die start vor Dreck. Ja. Okay. So, ne. So was kannst du hier machen. Oder du kannst jetzt auch hier nochmal die Ecke wegnehmen. Was machst du denn mit dem anderen Teil? Warte. Mit dem anderen Teil erstmal. Das war der hier, ne. Ja, Junge. Machst du einfach mal so einen hier. Zack. Schub in den Ecken. Ja. Und dann nimmst du vielleicht hier auch noch einen. So. Und wenn der Bunker jetzt... Hier ist doch jetzt kein PC mehr drin. Das ist alles im Arsch. Weil hier der King, der hat sich hier einfach auch noch mal so einen da reingelegt. Ist halt alles schon ein bisschen runtergekommen. Ja. Aber vielleicht ist da auch noch Stuff drin, den man braucht. Weiß man ja nicht. Und wenn wir jetzt mal außen vom Bunker gucken. Dann haben wir nämlich zum Beispiel auch noch, ne. Weil ich mein... Zack. Jetzt verbindet sich alles. So, ne. Jetzt wird der Bunker Teil zum Teil vom Spielfeld. Quasi. Oh, cool. Ja. Das gibt's ja hier dann auch. Sehr schön. Genau. Ihr braucht einfach nur irgendwie so Gebäudeecken. Und dann läuft das. Wir haben hier auch noch einen. Oder mit ein paar Ziegeln. Vielleicht ist er noch ein alter... Vielleicht geht der noch. Der Generator da. Das Spulen-Gerät. Der geht. Wenn er jetzt nicht geht, geht er irgendwann. Weil in Wasteland immer alles gebraucht. Ja, sicher. Ja. Ja, das... Haben wir noch was? Ne, ne? War schon. Ne, das haben wir gemacht. Alte Set. Was heißt alt, Alter. Haben wir gestern gemacht hier, ne? Weil irgendwo musst du pennen, Junge. Schlafsack. Matratze. Matratze. Eine ist schon ein bisschen im Arsch. So wie wir jetzt. Ich würde mich ja nicht erst da reinlegen. Aber das stinkt bestimmt. Scheißegal. Ich bin voll im Sack. Also wir wollten euch eigentlich nur mal kurz hier updaten. Ist auch jetzt, glaube ich, genug dann, ne? Langsam. Ja, ist ja auch nicht mehr lange. Und vor allem ist auch nicht mehr lange Nacht. Also jetzt viel ist nicht mehr übrig. Ich würde sagen... Ihr habt euch auf jeden Fall ein Bild machen können, ne? Und wenn er den hier wieder zusammenschiebt... Da habt ihr nochmal . Genau. Oder auch einen kleinen Haufen. Ja. Boah. Wollen wir euch noch kurz hier updaten. Kurzes Update. Genau. Und dann mach' auch mal mit mir. Konkurze Update. Also, bis zum Bescheid. Ciao!